Hier ist die Familie zu Hause und das ist auch speziell, wenn jeder meinen Sport schwingen könnte. Jeder ist von dem angefressen und das verfolgt das ganze Dorf. Wenn man ins Dorf geht, dann kommt man einander. Das Dorf ist eine ganze Familie, die zusammen ist. Sörenberg ist für mich auch ein Kraftort. Wenn ich ins Dorf komme, dann weiss ich, dass ich kein Training habe. Dann bin ich zuhause. Dann kann ich Zeit auch für mich verbringen lassen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich mich zuhause fühle und entspannen kann. Sörenberg ist meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen und da möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Das Dorf ist ein Das Dorf ist ein Das Dorf ist ein Das Dorf ist ein